Hallo alle zusammen. Heute habe ich hier das Canon 15-35mm Objektiv, ein Weitwinkelobjektiv mit durchgehender Blende 2.8 im Test. Ich war damit auf den Bergen, unter den Bergen, am See, draußen ganz viel unterwegs, habe hier drin auch noch ein bisschen was gemacht. Ich denke, das Ganze wird sehr spannend und ich wünsche dir vor allen Dingen jetzt viel Spaß. Fangen wir an mit dem Objektiv. Wie sieht es aus? Wie ist es verarbeitet? Ihr kennt das bei mir. Und ich habe es direkt an der Canon R5 mal angebracht, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze an der Kamera auch wirkt. Von der Größe, von der Haptik, vom Gewicht. So seht ihr ungefähr, wie das Ganze in der Real-World-Geschichte aussieht. Für ein Weitwinkelobjektiv fällt sofort auf. Sehr kompakt. Für 15mm wirklich auch sehr gut, was die Balance betrifft. In der R5 finde ich, ist das eine sehr gute Kombination. Durch die großen Krifte R5 logischerweise liegt dieses Objektiv wirklich gut in der Hand und ist nicht kopflastig. Also geht recht gut zu handeln und ich könnte damit jetzt längere Zeit an der Hand laufen. Das habe ich auch gemacht und ich hatte nie das Gefühl, dass ich hier einen Gurt brauche oder das Ganze in den Rucksack gelegt werden muss, weil es zu schwer ist. Also schon mal hier sehr, sehr gut. Fangen wir an mit Optik und Verarbeitung, wie gesagt. Äußerer Eindruck, erst einmal alles Plastik, nichts Metall, also komplett Plastik. Bis auf der Bajonett-Anschluss. Der ist natürlich wieder aus Metall gefertigt hier. Und es gibt natürlich auch wieder diese dicke Gummilippe. Auch die gibt es wieder. Canon-typisch. Da war ich ja schon so ein Fan vom 100-500mm Objektiv. Und auch hier, ja, das macht Canon schon ziemlich gut. Filter für hinten gibt es nicht. Da gibt es keine Vorrichtung dafür. Da müsst ihr mitleben. Ich mache es wieder ran in die Kamera. Also das ist hinten schon mal sehr gut. Und der Rest ist Plastik und Gummi. Ja, ist jetzt nicht irgendwie minderwertig oder so, aber fasst sich auch solide und okay an. Dann haben wir hier, wir fangen gleich mal mit den Schaltern hier vorne an an der Seite. Es gibt zwei Schalter. Es gibt den Schalter für den Stabilisator, also Bildstabilisator im Objektiv. Den kannst du einschalten und ausschalten. Gepaart mit dem Stabilisator in der R5 ist es schon eine richtig gute Kombination. Und wenn du aus der Hand filmst, wenn du aus der Hand eine Slowmotion filmst beispielsweise, wo du noch mehr stabilisieren kannst durch Slowmotion und durch die beiden Stabilisatoren, da bekommst du schon echt gute Aufnahmen hin, die wirklich sehr, sehr smooth, sehr statisch aussehen. Also wo du nicht das Gefühl hast, das wird aus der Hand gehalten, sondern du könntest denken, da hat jemand einen Gimbal in der Hand oder fasst schon einen Tripod. Richtig gut. Und der zweite Schalter ist hier darüber dann der Schalter für den Fokus. Autofokus, manueller Fokus. Ich finde es gut, dass dieser Schalter dran ist, weil das ist so etwas, das würde ich nie über die Kamera einstellen wollen. Da bin ich immer froh, wenn das Ganze am Objektiv dran ist. Dann gibt es darüber die Skala, 15mm bis 35mm. Und da kannst du hier zoomen, ganz normal. Geht nicht zu schwer, geht nicht zu leicht. Ja, habe ich das Gefühl, das ist auch gut eingestellt vom Hause aus. Also das würde ich jetzt nicht anders einstellen. Im Gegenteil, das kann man so lassen, das passt. Darüber gibt es dann den manuellen Einstellring für den Fokus. Der ist sehr leichtgängig, also super leicht, würde ich fast sagen. Für mich ein bisschen zu leicht. Daher, ja, wenn du damit Sterne fotografierst und manuell fokussieren möchtest, du kannst es schon sehr gut dezidiert einstellen. Aber er geht für mich einen Ticken zu leicht. Und da ist eben schon die Gefahr groß, dass du mal schnell fehlfokussierst, gerade bei der Sternenfotografie. Da musst du auch selbst ausprobieren, mal selbst in die Hand nehmen, mal gucken, ob das für dich was ist, ob der zu leicht geht. Für mich wäre es jetzt nichts. Und natürlich typisch Canon mit den neuen Linsen im R-Bajonet. Ganz vorn gibt es dann wieder diesen klickbaren Ring, wo ich kein Fan von bin. Ihr kennt mich inzwischen. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von. Ich habe da liebe belegbare Tasten, die ich frei belegen kann in der Kamera. Weil ich der Meinung bin, man hat bei der Canon und gerade beim Canon-System drei verschiedene Einstellräder. Also hier oben, hier hinten dran oben und nochmal hier, was quasi mal ein Steuerkreuz war bei den anderen Modellen. Man hat drei belegbare Wahlräder. Da brauche ich hier vorn nicht zwingend eins. Da bin ich immer schneller, wenn ich drücken kann, gerade was die Focus-Presets angeht. Aber jeder, wie er möchte. Für mich ist es eher nutzlos. Von so her blieb das auch in meinem Test unbelegt. Ja, ihr habt es gerade eben schon gesehen beim Rein- und Rauszoomen. Bei 35 Millimetern haben wir hier ein sehr eingefahrenes Objektiv. Und zoome ich rein, raus auf 15 Millimeter, fährt dann der Tubus hier vorn aus. Und das ist schon der erste Kritikpunkt von mir hier bei Canon. Ich finde es schade, dass das Objektiv nicht innen fokussiert. Dass man kein Objektiv geschaffen hat, was dann so lang ist. Und das wäre auch okay. Und dann aber dafür innen fokussiert und nichts rein- und rausfährt. Das ist wieder so ein Thema. Wahrscheinlich wollte Canon wie mit den anderen Linsen dafür sorgen, dass du es sehr kompakt in den Rucksack stecken kannst. Und das ist tatsächlich der Fall. Also auf 35 Millimeter gesoomt, komplett quasi nach hinten gesoomt, sieht das schon sehr kompakt aus und nimmt im Rucksack auch nicht viel Platz weg. Aber die paar Zentimeter, die hätte ich dann schon noch aufgebracht im Rucksack. Weil so viel ist es nicht. Wir sprechen hier von anderthalb, zwei Zentimetern mehr vielleicht. Und dafür ist das Ganze auch noch von außen noch besser für Staub- und Spritzwasser geschützt. Das Objektiv ist Spritz- und Staubwasser geschützt, laut Canon, laut Herstellerangabe. Aber ich vertraue diesem Mechanismus nicht wirklich. Ihr kennt das auch von mir von dem 100 bis 500 Millimeter Objektiv. Auch da habe ich schon bemängelt, es kommt sehr schnell Schmutz hinein. Sehr schnell könnte man vielleicht Blätter hineinziehen, wenn man draußen unterwegs ist oder Grashalme. Wenn du das nicht siehst, dann liegen die halt da drin. Und gut ist das nie für die Technik. Also für mich gibt es einen Minuspunkt, dass man das quasi so sehen kann. Da wäre eine Innenfokussierung für mich besser gewesen. Und schauen wir nach vorne rein. Ich mache den Deckel kurz ab. Der ist dabei und die Gegenlichtblende ist auch dabei. Von vorn sehen wir ein sehr großes, großes 82 Millimeter Gewinde. Ihr seht eine leicht gewölbte Linse. Aber Canon macht hier etwas sehr richtig, finde ich, gegenüber anderen Herstellern. Und zwar hast du die Möglichkeit, hier vorne Filterfond draufzuschrauben. Das geht bei dem Sony, was ich habe, nicht. Da müsste man große, aufwendige Stecksysteme verwenden oder von hinten irgendetwas mit den Steckfiltern von hinten lösen. Aber gut ist es schon, wenn du von vorne etwas draufschrauben kannst, gerade magnetisch vielleicht. Weil bevor ich das Objektiv abmache und hinten die Filter wechsle, finde ich es schon netter, wenn man das von vorne draufstecken kann. Also per Magnetmechanismus oder draufschrauben kann. Und da kannst du verschiedene Filter kombinieren, variieren oder auch schnell abmachen, wenn du sagst, du brauchst die jetzt gar nicht mehr und möchtest den Objektivdeckel drauf machen. Das ist schon ziemlich gut gelöst, dass man hier etwas draufschrauben kann bei 15 Millimetern, Blende 2.8. Das ist schon fast ein Novum. Und die Linse ist nicht ganz so stark gewölbt. Von daher sollte das dafür sorgen, dass du optisch nicht so viele Verzerrungen drin im Bild hast, gerade am Bildrand gegenüber Objektiven, die noch sehr stark gewölbt sind, wo man dann optisch einfach mehr rauskorrigieren muss, also technisch rauskorrigieren muss im Nachhinein. Da hat also Canon wirklich etwas hier geschaffen, wo ich sagen muss, das ist einzigartig. Und allein von der Bauweise, von den Möglichkeiten ist das schon etwas, was man am Markt auf jeden Fall sucht. Das gibt es nur bei Canon und bei keinem anderen Hersteller. Soviel zur Haptik, äußeres Erscheinungsbild und Verarbeitung. Das Ganze hat 9 Blendenlamellen laut Hersteller und 28 Zentimeter Naheinstellgrenze. Ich stelle das mal so hin. 28 Zentimeter Naheinstellgrenze. Du kannst also schon recht nah rangehen, gerade wenn du im Detail etwas fotografieren möchtest, draußen so ein Pseudo-Makro-Bild machen möchtest. Dann ist das schon ein Thema. Und 28 Millimeter hat übrigens auch das Sony, ich hole das mal eben dazu, das 12-24 Blende 2.8. Weil dieser Vergleich drängt sich natürlich automatisch für mich auf. Und ihr seht grösentechnisch, beide haben die gleiche Naheinstellgrenze, beide haben die Blendenlamellen, also 9 Stück. Und das Bokeh sollte ähnlich aussehen. Die Naheinstellgrenze wirkt dementsprechend auch sehr ähnlich. Nur dass wir hier eben auf 12 Millimeter runtergehen können. 3 Millimeter, das ist eine ganze Ecke. Das ist wirklich eine ganze Welt nochmal mehr, aber hat natürlich, ich habe im Review schon zu dem Objektiv gesagt, viele Nachteile. Große abnehmbare Gegenlichtblende, gewölbte Linse, wir können ja vorhin keine Filter draufschrauben und, und, und. Aber wir haben keinen belegbaren Steuerring, sondern wir haben eine Taste. Das finde ich ja ziemlich gut. Wenn man eine belegbare Taste am Objektiv hat, haben wir leider bei dem Canon nicht. Aber nur, dass ihr mal die Größe gesehen habt, im ungefähren direkten Vergleich, das Sony wirkt vor allen Dingen am anderen Ende deutlich größer, deutlich voluminöser, finde ich. Hier hinten dran ein bisschen schlanker, aber hat so eine Trichterform und ist auch in der Praxis ein Ticken schwerer. Ein Ticken, nicht viel. Aber gerade an den kleineren Sony-Kameras, an den Bodies, da sehen eben solche Objektive sehr schnell riesig aus und die Kamera klein. Und dementsprechend ist es auch, wenn du keinen großen Griff an der Kamera dran hast, schnell ein Thema, wenn du lange draußen unterwegs bist. Also das gepaart mit einer A7 IV, das geht natürlich, aber es ist ein ganz anderes Handling als die R5 mit dem 1535. Hier ist einfach ein größerer Griff dran, ein für mich ergonomischer Griff auch ein ganzes Stück und eben mit diesem Objektiv doch etwas besser ausbalanciert. Aber jetzt kommen wir mal auf das Thema Bildqualität und vor allen Dingen auch Bild- und Videoqualität zu sprechen, denn wir haben hier einen verbauten Bildstabilisator, der gemeinsam mit dem Stabilisator im Kameragehäuse zusammenspielt, zusammenwirkt und dafür sorgt, dass du sehr smoother Aufnahmen bekommst und dass du auch Fotos mit längeren Belichtungszeiten aufnehmen kannst. Also ein Fünftel oder fast eine Sekunde geht ohne Probleme aus der Hand. Also mit Vollformat, im Weitwinkel, ja, da ist es ein bisschen einfacher, länger zu belichten, aber bis fast eine Sekunde zu gehen, das ist schon echt heftig und das spart dir natürlich aus der Hand eine ganze Menge ISO. Das heißt, du kannst mit der ISO deutlich weiter runtergehen. Da wird nicht jeder Schuss gelingen, nicht jedes Foto ist da knacke scharf, aber es geht. Ich habe das für dich draußen ausprobiert und du kannst natürlich auch ganz entspannt trotz alledem etwas höhere Verschlusszeiten nehmen, beispielsweise ein Zehntel, ein Fünfzehntel, ein Fünfundzwanzigstel. Das geht auch ohne Probleme aus der Hand, nicht nur mit dem Weitwinkel, mit der Brennweite ganz gut, sondern auch in Kombination mit dem Bildstabilisator. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich damit draußen fotografierend bin und 15 Millimeter benötige? Das ist halt so ein Thema, ja. Wie sieht es aus? Ich habe für dich mal hier draußen Aufnahmen gemacht. Ich war für dich draußen in den Bergen, im Allgäu, in Oberstdorf unterwegs und ich muss sagen, es ist schon recht vielseitig. Also du kannst bei 15 Millimetern bis 35 eine ganze Menge machen, weil 35 Millimeter, das ist ja auch so der Look, den ich an meiner, ich kann es mal kurz zeigen, an der Fuji X106 sehr gern benutze und quasi immer dabei habe, wenn ich draußen bin und einfach nur so ein paar Fotos machen möchte, dann ist das eine sehr flexible Brennweite. Und auch wenn dieser Look nicht dieser Look bei 35 Millimetern ist, ist es aber so, dass du bis zu diesen 35 Millimetern gut reinzoomen kannst. Und das ist in der Landschaftsfotografie, viele von euch werden die früheren 16 bis 30, 16, 35 Objektive kennen. Das ist nochmal eine ganze Ecke, wenn du bis runter auf 15 Millimeter gehen kannst. Gerade im Weitwinkel ist jeder Millimeter quasi Gold wert, weil du viel mehr auf das Bild bekommst. Also man unterschätzt das, wie viel das ausmacht und das ist schon sehr gut, dass man mit diesem Objektiv klein, kompakt, relativ leicht und aber bis 15 Millimeter noch runter gehen kann. Das ist eine ganze Menge und wenn du vor einem See stehst oder vor einem Gewässer und möchtest in der Breite oder im Hochformat sehr viel drauf bekommen, gerade wenn es dann zum Berg hoch geht im Bild, dann sind 15 Millimeter schon nochmal deutlich besser geeignet als 16 oder 17, 18 Millimeter. Also da war ich immer am Anschlag auf unten 15 Millimeter, da habe ich auch generell sehr kreative Bilder damit gemacht, also bin ein bisschen näher herangegangen an das Motiv, bin auf 15 Millimeter voll rausgezoomt, Blende 2.8, wenn ich ein bisschen freistellen wollte, also erwarte da jetzt keine hohe Freistellungsmöglichkeit, auch wenn es Blende 2.8 ist, aber du kannst natürlich dafür sorgen, dass der Hintergrund etwas unscharf ist und es kann schon ziemlich gut aussehen, wenn du das möchtest. Wenn du sehr viel Schärfe im Bild haben möchtest, empfehle ich dir wenigstens auf Blende 4 oder Blende 5.6 abzublenden, weil du damit noch mehr Schärfe im Bild hast und du erzeugst quasi mehr Tiefenschärfe im Bild und gerade wenn du großformatig mal etwas drucken möchtest und die Landschaft zeigen möchtest, dann ist die Blende 2.8 schon nicht so scharf wie auf Blende 4, Blende 5.6 und ich habe das Objektiv ganz variabel benutzt auf dem Blendenwerten, also Blende 2.8 natürlich sehr gern kreativ, aber für die Fotos, die ich gern drucken möchte, die ich gern auch etwas weiterverwenden möchte außerhalb von Social Media, da bin ich ohne Schmerzen auf Blende 4 oder Blende 5.6 unterwegs, einfach um mehr Schärfe ins Bild zu kommen, weil ich gern alles scharf haben möchte, also vom Vordergrund bis möglichst zum Hintergrund. Das ist gar nicht so einfach mit Offenblende, auch im Weitwinkel, daher war ich ja eher auch mit geschlossener Blende unterwegs und war durchaus zufrieden mit der Bildqualität. Wie sieht es aus mit Vignettierung? Da zeige ich dir jetzt mal hier auch ein Beispiel, ich bin durchgeschaltet durch die Blendenstufen, ich habe wieder typisch vor der weißen Wand fotografiert, fangen wir an mit Blende 2.8, am Anfang 15mm, gehen wir hoch auf Blende 4 und Blende 5.6 und das Ganze auch bei 35mm nochmal, auch Blende 2.8, Blende 4 und Blende 5.6. Natürlich hast du bei 15mm Blende 2.8 eine Vignettierung, das ist dieser dunkle Rand am Rand des Bildes, das ist völlig normal und liegt in der Natur der Sache, Weitwinkelobjektive mit einer starken Offenblende, die haben immer eine Vignettierung und das hätte man auch bei einem Objektiv, was die Blende 4 hat, durchgehend, da wäre es aber nicht so stark ausgeprägt, weil es einfach von der Konstruktion her nicht so einfach ist, das Objektiv so zu bauen, dass es auch keine Vignettierung gibt, es liegt wie gesagt in der Natur der Sache, wenn du eine Gegenlichtblende dran hast, dann kann der Effekt noch etwas stärker sein, bei Sonnenlicht draußen in der Natur muss ich aber wieder sagen, spielt das kaum eine Rolle, also es kommt darauf an, ob du vor einer Felsenwand stehst und quasi die Struktur in der Felsenwand bis an den Rand haben möchtest bei Offenblende oder dementsprechend brauchst, dann ist das ein Thema, dann sehen die Ränder auch mal schnell unscharf aus, dann sehen die Ränder schnell dunkel aus und das kannst du natürlich beheben, indem du die Blende einfach weiter zumachst, auf Blende 4 gehst oder noch höher gehst, dann kannst du das Ganze ohne Probleme beheben und die Bilder sind bis in den Rand knackescharf. Das muss dir da einfach bewusst sein, bevor du Fotos machst und im Nachhinein enttäuscht bist, gerade wenn du es dann drucken möchtest und das brauchst, aber wenn du im Wald stehst oder in der Landschaft draußen und fotografierst Felder, Wälder und auch Berge so ein bisschen weiter weg, dann finde ich, ist es fast vernachlässigbar, weil es einfach bei 15 mm Blende 2.8 richtig gute Bildergebnisse bringt und mit Lightroom im Nachhinein auch ohne Probleme rauszurechnen geht. Also es gibt da dieses Profil, was dann angelegt ist, das ist automatisch ja schon drin, das Objektiv ist ja auch schon ein bisschen alt, von so her kannst du das Ganze ohne Probleme rausklicken und hast dann fast ein vignettenfreies Bild. Du verlierst bei so etwas in Lightroom etwas Brennweite, also ich vermute, das ist eher so ein 14, 14,5 mm Objektiv und durch dieses Rausrechnen, also was ja auch in JPEG schon rausgerechnet wird, wenn du in JPEG in der Kamera fotografierst, wird automatisch die Profilkorrektur angewandt und dann wird das Bild noch ein bisschen beschnitten. Das sieht man auch, wenn man bei Lightroom das Bild aufmacht ohne Korrektur und es rechnet quasi rein, das siehst du vorher ein bisschen mehr im Bild und nimmst du das Ganze rein, also die Profilkorrektur von 15 bis 35 mm, dann kropp das noch ein bisschen rein, hast aber deutlich weniger Vignette, der Rand wird aufgehellt und du hast quasi ein viel besseres, fast fertiges Foto als vorher. Das macht Canon mit Sicherheit bewusst, um einfach dafür zu sorgen, dass du dieses Objektiv auf dem Blende 15 mm ohne Probleme verwenden kannst. Ähnlich ist das ja auch bei dem 10 bis 20 mm Objektiv Blende 4 von Canon, was es ja erst seit ein paar Monaten gibt, da ist es auch so, dass man eher davon ausgeht, dass es ein 9 mm, 8 mm Objektiv ist, aber eben durch die Profilkorrektur, durch das Reinkroppen, durch das Reinzoomen in das Bild und das Rausnehmen der Vignette verliert man einfach deutlich mehr am Rand vom Bild und dementsprechend hat man quasi dann die 10 mm. Und so ähnlich verhält sich das auch hier. Das ist nicht ganz so schlimm wie bei dem, das habe ich gerade nicht hier, bei dem 16 mm 2.8. Da hast du auch eine deutliche, also noch viel stärkere Vignette als bei diesem Objektiv und auch da habe ich das Gefühl, man hat eher ein 15 mm Objektiv und durch das Reinkroppen, durch die Profilkorrektur kommt man dann wieder auf die 16 mm 2.8 und hat aber ein bisschen weniger Vignette am Rand. Im Vergleich dazu ist natürlich die Vignette kein Thema zu diesem, beziehungsweise zum 16 mm Festbrennweiten Objektiv von Canon. Das kennt ihr, das habe ich auch hier reviewt. Also da ist die Vignette deutlich, deutlich ausgeprägt und ich finde, da muss man abblenden. Also das ist ein Objektiv, das kann man fast gar nicht offenblendig benutzen, es sei denn, du fotografierst den Sternenhimmel und nutzt die Vignette ein bisschen künstlerisch, dann geht das natürlich. aber es ist kein Thema und kein Vergleich zu diesem Objektiv. Wie sieht es denn im Filmen aus? Das habe ich auch für dich ausprobiert und auch da muss ich sagen, du hast eine tolle Bildqualität, eine tolle Bildleistung ab 15 mm, Blende 2.8 natürlich schon, da hast du ein tolles Bild. Du musst dir vorstellen, dein JPEG-Bild, was du, wenn du fotografierst, ist auch meistens dein Videobild. Das heißt, gefällt dir das JPEG nicht, dann wird dir das Videobild auch nicht wirklich gefallen, weil du kannst im Video sehr schwierig die Vignette rausnehmen, sehr schwierige chromatische Apparationen rausnehmen, das geht alles nicht so einfach, demzufolge im Zweifel, wenn du dir das anschauen möchtest und bist nicht sicher wegen der Filmerei auch, fotografiere im JPEG, dann weißt du relativ schnell und gleich, ist das auch für das Filmen was für mich, wenn du jetzt nicht extrem nachbearbeiten möchtest und wenn dir das gefällt, der Look, was du da siehst und was du bekommst, dann weißt du auch, was du im Filmerischen bekommst. Natürlich kann man diese 15 mm auch für den Selfie-Modus nehmen, das machen auch einige YouTuber, gibt es auch sehr bekannte, beispielsweise Peter McKinnon, er verwendet natürlich standardmäßig das 15-35-2.8 für seine V-Logs und für die Indoor-Geschichten, weil es lichtstark ist und weil du mit 15 mm trotz des Kroppes an der R5 beispielsweise trotzdem noch sehr weitwinklig unterwegs bist und du mit dem Bildstabilisator nicht so starke Wobble-Effekte am Rand hast, wobei ich auch wieder sagen muss, die Wobble-Effekte sind immer noch da. Es gab ja ein Firmware-Update von Canon zu diesem Thema direkt und da wurde es auch etwas behoben, aber er ist immer noch so stark, dass ich nicht der Meinung bin, dass es für mich zumindest ein Vlogging-Setup wäre, mit dem ich leben könnte und obwohl das schon ein sehr teures, sehr hochwertiges Setup ist, hat einfach zu viele Kompromisse, was die Bildverzerrung und vor allen Dingen auch, was die Wobble-Effekte durch die Bildstabilisierung betrifft. Gerade an den Rändern, das sieht man dann sehr, sehr deutlich, wenn man offenblendig damit filmt, gefällt mir persönlich nicht, daher ist es für mich kein Thema, was das Vlogging betrifft. Dann nehme ich lieber kleinere Kameras, die schnellere Sensoren haben, wo der Rolling-Shutter nicht so stark ist, der Effekt und ja, wo Blende 4 auch ausreicht. Aber nur so viel am Rande, was das Filmen betrifft. Ich war nun vor allen Dingen zum Fotografieren unterwegs. Wie sieht es, wir haben gerade über die Bildqualität gesprochen und auch die filmerischen und Stabilisationsgeschichten, aber wie sieht es denn jetzt aus mit dem Thema draußen damit unterwegs sein, sprich Spritzwasserschutz oder Staub- und Wetterschutz und da muss ich sagen, da hatte ich nie das Gefühl, dass mich dieses Objektiv im Stich lassen würde. Also ich war auch draußen am Morgen unterwegs, im Morgentau, da war es auch recht nass, auch im Regen unterwegs und da hatte ich nie das Gefühl, dass es objektiv irgendwie eine Schwachstelle hat, dass es mal schlapp macht, dass es quasi das Wasser eindringen lässt unter den Staub. Nein, das hatte ich nicht das Gefühl. Bis auf die Zoom-Möglichkeit hier vorn, wo ich den Eindruck habe, über die längere Zeit, über die längere Jahresnutzung, könnte vielleicht irgendwann das Ganze hier undicht werden, sodass dann hier Staub und Spritzwasser eindringen kann oder hier vorn. Aber ansonsten hatte ich nie das Gefühl, dass es irgendwie eine Schwachstelle hätte. Also das ist tatsächlich ein Profi-Objektiv für Profi-Geld, muss man auch sagen, mit Profi-Leistung und du kannst da nicht nur viel erwarten, du bekommst von dem Objektiv auch tatsächlich sehr, sehr viel geboten. Das Beste vor allen Dingen ist natürlich der Zoom, also die Zoom-Range von 15 bis 35 Millimetern, durchgehende Blende 2.8. Das ist halt so ein Thema mit vorschraubbaren Filtermöglichkeiten über das Gewinde. Das ist schon ziemlich gut. Also das sind die harten Fakten, wo ich sage, das ist ein ultra spannendes, ein sehr interessantes Objektiv für den Canon R-Mount. Wenn du eine Canon R-Kamera besitzt, egal welche, dann ist das auf jeden Fall ein Thema, wenn du Landschaften ernster fotografierst und auch lichtstark unterwegs sein möchtest, dann solltest du dir das Objektiv unbedingt anschauen. Und das ist eine gute Überleitung zum Thema Zielgruppe. Jetzt habe ich das Ganze getestet für dich und habe mir die lange Zeit überlegt, wer ist denn die Zielgruppe? Denn am Ende wird das entweder über den Preis geregelt oder meistens über den Preis geregelt oder über die Möglichkeiten des Objektivs. Und wenn wir nochmal das Sony hier daneben halten, das Sony kostet ungefähr 1-200 Euro mehr. Ich habe vorhin nochmal aktuell die Preise verglichen, hat aber auch 3 Millimeter mehr Zoom-Range. Also du kannst zwar nach oben nicht auf 35 Millimetern gehen, da ist bei 24 Millimetern Schluss, aber du kannst, wenn der Weitwinkel ein wichtigeres Thema ist, auf 12 Millimeter runtergehen und dann sind 1-200 Euro mehr, wären für mich tatsächlich das K.O.-Kriterium zu sagen, das schaue ich mir an oder wenn es die Blende 4 Variante ist, die gibt es ja auch deutlich günstiger, also fast die Hälfte als das hier, dann würde ich mir eher das Sony anschauen, einfach weil du 12 Millimeter hast. Und das 10-20 Millimeter von Canon hat halt nur Blende 4 und ist auch bei 20 Millimeter schon am Ende. Also das muss man einfach wissen, wo der Fokus liegt. Das erklärt aber nicht die Zielgruppe. Und ich finde es total schwierig, zu sagen, wer die Zielgruppe ist, weil ich den Neupreis schon noch recht hoch finde, dafür, dass es objektiv schon ein paar Jahre alt ist, das ist ja jetzt nicht erst ein paar Monate alt, da finde ich den Preis doch etwas zu hoch, zumindest für die ambitionierten Hobbyfotografen und Fotografinnen unter euch, finde ich es tatsächlich zu teuer. Da würde ich eher auf den Gebrauchtmarkt schauen und wenn du es dann mal erstehen kannst für 1.500 Euro oder so 1.600 Euro, da kann man drüber sprechen, dann ist es tatsächlich auch für meine Begriffe schon im Hobbybereich eher noch taugbar, aber das Gesamtsystem ist halt schon recht teuer, also mit der R5, zumindest mit dem Neupreis verglichen und mit diesem Objektiv als Landschaftsfotograf. Da kann man auch nochmal mit anderen Marken vergleichen, also beispielsweise die Nikon Z7, Z7 II, was die Auflösung betrifft, oder auch die Sony, die A7 IV. Da muss man nicht zwingend zu kennen schauen, weil das ist dann schon eine recht teure Kombination, wenn man alles neu kauft. Kaufst du es gebraucht, dann kommt es natürlich auch deutlich günstiger inzwischen, weil die Kamera ein bisschen älter ist, weil das Objektiv auch ein bisschen älter ist, aber ich denke, der ambitionierte Hobbyfotograf unter euch, der unbedingt im Canon-System einsteigen möchte oder da drin sich entwickeln möchte, ja, für den ist es auf jeden Fall was, zumindest wenn du die durchgehende Blende 2.8 brauchst, nicht Blende 2.8, wenn du viel im Wald unterwegs bist, wenn du viel Indoor unterwegs bist, dann eher dieses Objektiv natürlich nehmen, weil du Blende 2.8 einfach irgendwann brauchst und vor allen Dingen drinnen, Indoor, wenn ISO ein Thema spielt, dann ist natürlich Blende 2.8 auf jeden Fall King und dann wirst du nicht mit Blende 4 oder Blende 5.6 erst anfangen wollen, sondern brauchst du zwingend die Blende 2.8 und nicht zuletzt, weil du im Weitwinkelbereich auch auf 15 mm Indoor gehen kannst und das ist schon recht viel, was man Indoor auch dann alles machen kann. Hochzeitsfotografen könnten natürlich die Zielgruppe sein, also professionelle Hochzeitsfotografen, aber die sehe ich gar nicht so zwingend, weil man dann nicht so weitwinklig unterwegs ist, sondern eher andere Festbrennweiden oder andere Zoom-Linsen verwendet, aber tatsächlich die Landschaftsfotografen, die ernsthaft unterwegs sind, die Architekturfotografen, die ernsthaft mehr damit machen möchten, für die sehe ich ja auch eine Verwendung. Ansonsten gibt es aber auch dieses Objektiv mit 15 bis 35 mit einer Variablen Blende als STM-Objektiv, also dann wie diese hier von der Bauart, deutlich schlechter verbaut, muss man einfach sagen, optisch, also haptisch okay, aber eben keinen Spritz- und Staubwasserschutz, keine durchgehende Blende, das ist dann einfach so. Man hat auch hinten diesen Abdichtungsring nicht dran, das gibt es auch nicht. Alternativ gäbe es aber die Möglichkeit, auf das 1430 zu schauen oder 1435, da habe ich auch hier ein Review gemacht, so viele Objektive schon reviewt hier, und das hat auch eine durchgehende Blende von 4, ist kleiner, leichter, günstiger auch, kein schlechtes Objektiv, hat aber eine ausgeprägte Vignette, finde ich zumindest, ab Brennweite 14 Millimeter, mir war es zu stark an Vignettierung, hier ist es deutlich besser bei dem Objektiv, hat aber dann nur 15 Millimeter. Also was die Alternativen betrifft, ist es halt auch so ein Thema, da musst du nochmal abwägen, und im Zweifel empfehle ich immer, leihe dir das Objektiv mal aus, hole es dir zu Testzwecken, leihe es dir aus, mal für ein Wochenende, für die Ferien oder so, nimm es mal in den Urlaub mit, um zu testen, ist das was für dich, weil dann wirst du mit den Kosten deutlich günstiger sein, dann zahlst quasi nur einen Bruchteil von dem Neupreis, und meistens kann man auch, wenn du es doch behalten möchtest, dann den Mietpreis gegenrechnen lassen, für die Kaufoption, und du hast quasi das Geld dann schon gespart, wenn du es kaufst. Also keine schlechte Investition, für meine Begriffe, wenn du ernsthaft mit dem Gedanken spielst, dieses Objektiv hier zu kaufen. Wenn du sagst, das Haus ist abgebrannt, alles auf Null, ich will aber bei Canon einsteigen, ich mache Landschaftsfotografie, auch so ein bisschen Menschenpiepel so dazu, dann würde ich natürlich auf jeden Fall das 1535 vielleicht mit einem 2470 dazu dementsprechend kombinieren, weil dann ist es tatsächlich eine richtig gute Kombination, 1535, das Trinity-Format, dann kannst du dementsprechend die mittlere Brennweite und dann noch ein Teeler dazu kaufen, und dann bist du fertig. Bist du schon bei anderen Herstellern, bei Sony, Nikon oder Panasonic, nein, ich denke, dann ist ein Wechsel eher nicht so zu empfehlen, nur wegen diesem Objektiv, weil es gibt von anderen Herstellern, ich habe es gerade eben gesagt, auch gute Alternativen, es gibt hier dieses 1224 von Sony Blende 2.8, es gibt im Hause Nikon das 1424, eine Neuauflage, auch das Blende 2.8 Objektiv, preislich ein bisschen teurer als das hier, aber optisch noch ein Ticken besser, finde ich. Aber das muss jeder selbst wissen, ich möchte meine Empfehlung herabgeben, wo ich sehe, wo vielleicht die Zielgruppe darin liegen würde. Kaufe ich mir das Objektiv, behalte ich das Objektiv? Ich denke eher nicht. Eher nicht, weil ich mit dem Sony eine für mich etwas bessere Alternative noch habe, auch wenn mich natürlich die Frontlinse sehr stört, die fährt auch rein und raus und das hat auch gewölbt und für Filter nicht so gut geeignet und sind nur 24 Millimeter am anderen Ende, aber 12 Millimeter, das ist der Look, der, ich kann oft dieses Cover hier zeigen von meinem Buch, vom Eibsee-Buch, das habe ich mit 12 Millimeter geschossen, das Bild, und 12 Millimeter, das hast du schon vor Ort gesehen, das sieht halt nochmal ein bisschen anders aus und für meine Begriffe auch besser, besser im Sinne von, es ist für mich der Look, den ich möchte und da wäre ich mit 15 Millimeter nicht so weit gekommen. Ja, ich kann ein Panorama schießen, kann es zusammensetzen, mache ich nicht, das mache ich nur im äußersten Notfall, sondern ich versuche, die Fotos immer in einem Shot fertig zu bekommen, ohne dass ich irgendwas zusammensetzen muss im Nachhinein und dann sind halt 12 oder 14 Millimeter immer noch besser als 15 oder 16 als Anfangswert. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen hilfreich, ich hoffe, ich konnte dir einen Mehrwert bieten, was dieses Objektiv betrifft, denn es ist ein sehr spannendes, ein wirklich sehr gutes Objektiv und gemessen an dem, was es leistet und was es dir bringen kann, wahrscheinlich für dich die beste Wahl bei deiner Entscheidung und schreib mir gern unter dieses Video, ob du das Ganze jetzt spannend fandest, ob du dieses Objektiv vielleicht schon hast und was du damit gemacht hast, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn du meinen Kanal unterstützt, ein Abonnement hier lässt, einen Daumen nach oben gibst. Das hilft im Algorithmus wieder, dass mein Kanal ein bisschen besser gerankt wird und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.